Als ich dich fragte, darf ich sie beschützen, da sagtest du. Mein Herr, sie sind trivial. Als ich dich fragte, kann ich ihnen nützen, da sagtest du. Vielleicht ein anderes Mal. Als ich dich bat, ein Kuss, mein Kind, zum Lohne, da sagtest du. Mein Gott, was ist ein Kuss? Als ich befahl, komm mit mir, wo ich wohne, da sagtest du. Na, endlich ein Entschluss.